Hi, ich bin Monique. Ich bin Buddy an der HAW Hamburg und studiere da im Master International Business. Seit 2015 bin ich im WISC Advisory bei Deloitte Werkstudentin. Zu meinen Lieblingsorten in meiner Stadt gehören auf jeden Fall die Alze und die Elbe, denn gerade bei gutem Wetter ist Hamburg wunderbar schön und unvergleichbar. Auf dem Campus findet man mich viel, auch in den Pausen draußen in der Sonne oder auch im FSR, wo ich Mitglied bin. Da haben wir einen ganz netten Raum mit Sofas und trifft alle und kann sich mal so ein bisschen austauschen. Mein Erfolgsrezept für Studium und Karriere sind auf jeden Fall Networking, würde ich sagen. Dadurch, dass man Leute kennenlernt, man kann Fragen stellen, wie der andere was findet, ob im Beruf, ob in der Uni und so. Sich am besten ein Bild machen, finde ich immer am besten. Strand. Improvisieren. Spezialist. Kaffee. Ordnung und Kreativ. Bis zum nächsten Mal.